Welche Werte kann ich mit einem TDS-Messgerät ermitteln? TDS-Messgerät ist wie ein Fieberthermometer. Beim Fieberthermometer weiß man auch nicht, woher kommt jetzt das Fieber, aber man hat Fieber. Und der TDS-Messgerät misst die leitenden Stoffe. Das kann sein Kalk, Magnesium, kann aber auch Blei sein, Arsen, Kupfer, Schwermetalle. Auch das sind leitende Stoffe. Auf Aluminium, brandgefährlich, auch das ist ein leitender Stoff. Und viele Leute sagen, ja, das sind ja wertvolle Mineralien. Und das ist natürlich einfach nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Und ein TDS-Messgerät ist für mich, wenn ich messe, Hochgebirgsquellen, Gletscherwasser, wo das Wasser artesisch rauskommt, hat es ganz wenig TDS. Und wenn es 20 Kilometer läuft, hat es vielleicht 10 TDS zu 15 TDS nicht mehr. Aber uns wird dann Wasser mit 300 TDS als gut verkauft. Also drum ist ein TDS-Messgerät ein sehr probates Mittel, die Anzahl der leitenden Stoffe zu messen. Je weniger, umso besser.